so ihr lieben da sind wieder und wir sind wieder bei gas station simulator wir sind gerade von der beliebtheit her auf level 2 gestiegen was auch immer das heißen mag aber wir sind jetzt höher kopf sachen wasche 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 ja okay wo gerade die knete so gut ist stoff können wir mal was bestellen können wir denn bestellen so viel dann bestellen dann machen wir alles voll okay da ist noch mal gucken hier bitte werkzeug nein wahrenhaus produkte zigaretten euch dafür wieder ein extra regal oder so zigaretten egal je noch nicht zigaretten klar dankstellen müssen zigaretten verkaufen so läuft der die produkte schnacks haben wir getränke haben nicht so viel jetzt müssen wir gucken 43 dollar können wir was abstauben dafür hier ja das ist das einzige und hier zucker zeug 30 stück wiffen ja hallo klar so zack hier so jetzt sind wir aber richtig ordentlich pleite guten tag ja da ist schon der tankwagen nass der ging aber da kann man jetzt aber schnell richtig gut ein bisschen den besen schwingen so wieso ist das von außen so habe ich das nie angemalt auf als level ab hatte ja okay dann muss ich das aber noch mal ändern wenn es hochlevelt verrottet ist oder was oh mensch ich hasse jetzt müssen dieses malen Okay, Warenlieferung ist unterwegs. Er ist noch nicht da, er ist noch unterwegs. Da ist er, jetzt aber schnell. Schnell, 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 schnell. Schnell, 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 schnell. Äh, okay, was ist das? Der du, der du dich ins Knie, verpiss dich jetzt. Ich kann das Lager nicht auflassen. Ich habe aber jemand vorne. Los, hau ab jetzt. Oh, hier lässt sich Zeit, ne? Klappt das? Ah, das klappt. Ja. Ah, schnell, 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 schnell. So, guten Tag, der Herr. Bitteschön. Extra für dich. Zack. Ja, bitte sehr. Oh, das war jetzt aber hier. Lotto Otto. Zack. Das ist schon besser. Das war es auch schon, ne? Mehr haben wir nicht da. Okay, aber wir arbeiten dran, wir arbeiten dran. Da will jemand Cola, habe ich gesehen. Ich weiß, ist blöd. Kunde an der Kasse. Kunde an der Kasse. Ist jetzt abgehauen, ne? Da bleibt doch mal wer zu. Oh. Da bleibt doch mal wer zu. Da bleibt doch mal wer gut heute Abend. Alter, kannst du den ganzen Shop leer kaufen, oder was? Ja. Kannst ja mal von ausgehen. Was ist der Nächste? Kriegt das hier noch? Ich habe bestimmt noch schnell angemalt. Ich bin da an der Kasse. Kunde an der Kasse. Muss ich mir wieder hin? Ja. Ja, du auch, tschau. Lieferung. Produkte. Getränke. Ist im Angebot jetzt. Angebot ist gut. Kann ich mir jetzt auch erlauben. Dann nehme ich auch noch hier das hier auch noch mit direkt. Zack. Reinvestieren, sage ich nur. Ja, der war noch gar nicht da richtig. Da war ich schon hier am Eindümpeln. So. Das muss weiß. Oh, da habe ich noch was vergessen. Gut, dass ich das sehe. Oh. Das muss nicht weiß. Muss ich auch das Dach neu machen jetzt? Und an der Kasse? Noch nicht. Kann ich... Hier weiß man. Ja, ich... Ach, der Herr will Multivitamin-Saft. So. Oh, Lieferung kommt. So, schnell. Ups. Ah, der kauft immer für die lange Schicht ein. Ups. Steht der da schon? Der steht schon da. Mist. Da muss ich noch schnell hier hin. Pretty much what I ask for. Ups. Bin da, bin da, bin da, bin da. Jetzt geht hier was los, Leute. Wieso ist das Tor noch auf? Hat hier keiner geklaut oder so? So. Jetzt verpiss dich. Ja, das sollte genügen. Jetzt geh. Heini. Oh, Kunde an der Kasse. Jetzt mach doch beide Tore zu. Schnell, 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 schnell. Schu, 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 schu. Was will ich malen? Guten Tag. Ja, Mann. Wenn Crocodile dann die das sagt, dann hat der schon recht. So, guck mal. Jabollo. Zack. Oh, jetzt ist hier aber auch richtig die Post am Abgehen, oder? Ja. Just as I wanted. So. Okay, schön, 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 schön. Hier muss noch. War schon besser. Ja, das Dach müssen wir tatsächlich noch machen. Okay, ähm. Richtiges Schwarz. Können wir das... Was ist, wenn ich das in der Farbe mal ausprobiere? Es sind sowieso verschiedene Farben, sehe ich gerade hier. Zwar keinen Bock, das ganze Dach schon wieder zu machen, aber so ein schönes Rot auf dem Dach ist doch auch gut, oder? Das ist doch nice. Müll ist voll? Nein, der Müll ist voll. Die Penner, die machen wir immer den Müll voll. Ich hatte das keiner mitgekriegt. Hat hier wieder Müll hingeworfen? Hat ich das richtig gesehen? Blitzist oder so? Ah, ich weiß nicht. Rot sieht eigentlich ganz gut aus. Das ist gut. Das machen wir. Weil ich hatte... Letztens hatte ich ja nachts gestrichen. Da könnte man das gar nicht sehen. Das ist alles so ein komisches Grün hier. So ein schön schicken... Rot macht das doch mehr her. Ja. 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 Ja, ich kann den Kunden an der Kasse schnell fertig werden. Gut, jetzt muss ich mich wirklich beeilen. Zack. Nice. Ja, ich liebe dieses Geräusch. Nice. So. Woll ich nicht noch extra aufs Dach steigen für. Irgendwie ist das noch hässlich, aber okay. Äh, warten. Okay. So. Was ist das denn da? Ha! So. Oh, das war der falsche Weg drauf. Aber okay. Echt. Ich könnte schwören, dass dieser Vorbau vorhin noch nicht war. Oh, blättert die Farbe ab nun mal. Oder? Das ist einfach nur so eine Reflexion halt. Wäre noch mieser. Warum sind das verschiedene Farbtöne hier? Sieht ein bisschen merkwürdig aus. Okay. 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 Oh, den Kunden an der Kasse habe ich nicht gesehen. Ah, schnell. Oh, nein. Schnell malen. Los, los, los. Guten Tag. Mensch, es ist stressig hier. Wir sind hier gerade am Renovieren. Gut gemacht. Ja, so. Hm. Schön wieder. Ja, warte mal. Sparsam, hm? Hm. Oh. Komm, jetzt kann es mir nicht doch auch von mir aussehen, oder? Falsches Werkzeug. So, schön. Gibt es richtig schönes Dach. So. Ich gucke gerade, ob das so gut ist, oder nicht. So, und wenn wir das jetzt hier in der Farbe her so rummalen, nehmen wir schon wieder nur die Mülleimer voll da hinten. Ja, was ist das denn? Tag. So, zack. 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 Das will do. Oh, geiler Bart, Alter. So. Okay. Würdet ihr euch in meiner Tanke Snacks kaufen? Stimmt, oder? Ich glaube, ich mache Tank auf. Ich hänge das YouTube-Ding an den Nagel. Ich mache eine Tanke auf. Aber da liegt das große Geld. Ach, nee. Auch Elektroautos. Mist. Jetzt muss ich das hier aber auch irgendwie dann doch wieder umlackieren, oder? Irgendwie passt das jetzt nicht mehr ganz zum restlichen Farbkonzept, weil sich das ja so ein bisschen, ähm, verschoben hat hier alles. Zack. Kann man das so machen? So ist nicht schlecht. Was machst denn, was meinst denn du? Oh, come on. Das war ja nix. Hier sieht in die Mülleimer aus. Du Sackrate, Alter. Ja, guckste, ne? Arschloch. Geht davon. Mensch. So. Oh, das sieht doch gut aus. Okay. Hier vielleicht nochmal. Okay. Okay. Zack, hier auch nochmal. Kann das schon wieder werden? Kaufe ein WC am Computer. Oh, ich könnte ein WC kaufen. Kein Scheiß. WC. Oh, jetzt bin ich voll abgelenkt. Das brauche ich hier ewig zu malen. Das ist also die Tatsache, dass ich einen Schacht kaufen kann hier. Aber will ich das? Will ich, dass die Leute mich hier alle vollscheißen? Weiß er nicht. Ist das ein möglicher Kundenstamm? Tankstellenscheißer? Tankstellen sind ja jetzt nicht so bekannt für ihre Premium-Toiletten. Oder? Ich weiß es nicht. Also ich hab noch nie... Ich glaub nicht, ne? So reicht doch schon. So, guck mal. Haben wir jetzt schön umgemalt? Äh, äh, muss ich irgendwas so... Ja, ist doch schön. Guck mal. Hier auch mit diesem Eingangs... Ja! Ja! Guck mal. Das ist nice. Das gefällt mir. Sehr gut. Okay, ihr Lieben. Das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch ges... ...gespaßt. Gespaßt. Okay. Äh, ich hatte auf jeden Fall sehr viel gespaßt. Und, äh, wenn ihr gespaßt seid, dann lasst mir ein Like, Abo, Kommentar da. Würde ich mich sehr drüber freuen. Ihr wisst, wie das läuft. Und wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, drückt die Glocke. Okay, ciao. Bis zum nächsten Mal. Toodle-oo. 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 Bis zum nächsten Mal.